Ok, da hat er mich einfach genommen. Hey, wot? Ich mach's dir da leider ein bisschen schwerer. Was ich für ein Damage drücke, Alter, das ist wirklich nicht normal. What the fuck? Hey, jetzt holen wir so einen Jump drauf, ne? Als ob der das trifft? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die GP-Ult, die hat mich gerade gesaved eigentlich so. Will ich den nicht bekommen. Ich hab nur Wolti, warte, wir können noch mal einen holen. Kriegen die gleich, Jungs. Oh mein Gott, ey, dieses... Junge, das, Alter, wie können wir das gewinnen, obwohl Top den so rein gefeedet hat, ey? Oh Gott, krieg ich dir das noch? Ok, lass aber aufnehmen, wenn sie OT hat, kann sie dich nehmen. Und der Ex-Bank von OT. Sehr schön. Der Ex-Bank von OT. Der Ex-Bank von OT erst. Können einfach fighten, Bobby. Ich hatte keine Ulti. Ich hatte keine Ulti. Ich hatte keine Ulti. Wir sind nicht gerade vier. Ich habe eine Ulti. Ich habe einen Exhaust. Das kann man auf jeden Fall fallen. Was ist da? Ich komme nicht rein. Gibt es Wasser? Nice. Oh, moi! Pass auf. Ich habe einen Surren. Nein. Nice, Mann. Ich gehe okay. Ich bin exhausted. Ich bin exhausted. Aber wie ist das? Dass die mich fokussen ist halt einfach dumm. Keine Ahnung. Aber es soll mir passen. Das war auf jeden Fall schon härter. Eigentlich finde ich. Ja, schon nur wegen der Kill kommt. Ohren. Nice. Hedra. Keine Ahnung. Der hat meinen Jungle halt schon fertig? Ach, ich töte gleich so, Mann. Der wird dem Letten wieder nichts machen. Nur ein Early ist abgefackelt. Das nervt so hart. Könnt ihr deren Altaner noch einnehmen, bitte? Das wäre perfekt. Mein Gott. Was ist das? Blirr. Die Nachricht X. Der hat nichts gebracht. Der ist da, ich sage. Der ist da, ich sage. oh. Oh, Fizz? Was ist da passiert? Da wurde er gebrötet, würde ich sagen. Blirrt! Was willst du halt, dann blehre dich, blehre dich Der hat schon wieder Ulti ab, Digga, ist das dein Ernst jetzt? Blackheisen, du spielst so gut Syndra wie ein Kroate Oh, blehre dich fitz, kleine Hunde Die Nachruhe, was ist denn los, blehre dich Kräftig up Perfekt Easy, blert Ich bin back, ne? Wohl Passt Kleiner Fotze Weg nicht Ich wollte die Syndra doch nicht wegkommen, weil Heisenberg gekommen ist Aber ich hätte ihn irgendwann mal sollen, glaube ich Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Warte, warte, ne, ich habe keinen Fall Ich habe ihn Oh Bler, Digga Man, weil weißt du, dass ich da drin bin Ich muss mal einfach rarten, ne, man Ich muss mal runter Warte Korne. Können wir aber nehmen. Die Sanna kommt auch noch. Kannst du tanken? Kannst du tanken? Also ganz schnell. Nice, nice. Auf die Sanna noch. Ist egal, ich wusste, dass ich in Ulti-Waffen-Jungen wahrscheinlich sterbe. Aber so konnte ich so nice. Lol, aber ihr habt so einen Typical, ne? Oder auch nicht. Ja, Ireda. Jetzt ist die kroatische Ireda, die wieder abstaubt. Jawoll, die kroatische Ireda. Die wieder wartet bis zum Schluss. Kein Problem. Ich hab 10 Minuten getankt. Kein Problem, Wanted. Äh, ich hatte. Ich hab gewartet, dass du abkackst. Hä? Ich warte auf, dass du abkackst, oder? Hier, wir müssen halt gegen Kroatien plus Deutsche plus Berliner. Keine Chance. Digga. Das war schon ein gutes Thema Video. Yo Leute, das war's schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liked mal und sagt mal, ob ihr solche Arten von Videos, sag ich mal, vielleicht besser findet. Solche Polze-Montagen mit ein paar Highlights. Also bis dann, tschau.